Wie kann man erfolgreich aus dem Bunker spielen, müssen Sie wissen, wie man die einzelnen Situationen, die man im Bunker antreffen kann, wie man die auf erfolgreiche Art und Weise spielen kann, respektive lösen kann. Die erste Situation, die vorkommt, ist, wenn man gegen das Fähnchen spielt, das ist hinter der Kamera, Sie sind zu kurz mit der Schlägerwahl, der Ball kommt vorne auf, rollt dann gleich so knapp innen und befindet sich aber noch im Abhang gegenüber der Fahne. Das heisst, das wäre eine Situation, in der man trainieren müsste, in der man gegen den Abstand steht und das Fähnchen so gegen vorne hat. Eine andere Situation, die passieren kann, ist, wenn er seitlich so reinkommt und den Ball dementsprechend unterhalb der Füße hat. Oder auf der anderen Seite dann das Gleiche passiert, dass er den Ball dann oberhalb der Füße hat. Die Standardvariante kennen wir eigentlich schon, wo der Ball hoffentlich reinkommt und dann mehr oder weniger in der Mitte zur Ruhe kommt, wo man relativ gerade herstehen kann, um rein zu spielen. Eine weitere Situation, die dann gerne kommt, ist, wenn man richtig Fähnchen spielt und dann gleich kurz davor ist. Inzwischen bleibt der Ball dann bei der Bunkerkante vorne im Aufwärtshang dort stecken. Das heisst, dort muss man dann auch wieder zwischendurch genüben gehen, damit man sattelfest ist, damit man den Ball am Hang gegen vorne erfolgreich herausbringen kann. Und die letzte Situation, wo jemand die im Bunker vorkommt, ist, wenn er relativ steil oben runterkommt und dann in seinem eigenen Loch stecken bleibt und ein sogenanntes Spiegelei verursacht. Ein Spiegelei, meistens sieht es nachher so aus, dass sich ein Krater rund um den Ball gebildet hat und irgendjemand hat das nachher so abgelegt, dass es ähnlich aussieht wie ein Spiegelei. Dort kommt der Name. Ja, was braucht er eigentlich technisch an wichtigen Eigenschaften, damit es bei den meisten Schlägen klappt? Und zwar ist es folgendes, das Wichtigste, was man lernen muss, beherrschen ist die sogenannte Leading Edge. Das ist, wenn man den Schläger so gegen rauf hat, die Kante hier vorne. Wenn die gegen vorne, gegen vorne, nachher dann den Lead überkommt, dann beginnt der Schläger an zu graben. Also das ist eigentlich wie ein Messer, die Kante, sobald das an den Sand herkommt, fängt er nachher gleich an sich an eingraben. Wenn man erfolgreich im Bunker rausspielen möchte, in den meisten Situationen hier, dann ist es wichtig, dass die Fersen des Schlägers, also nicht der Zähne, die Vorderseite, sondern die Rückseite des Schlägers nachher dann den Lead überkommt. Wenn man mit den Fersen vorausgeht, dann kann der Schläger immer über den Sand gleiten, sobald das an die Zähne kommt, fängt er an zu graben. Wenn die Fersen geht, dann kann er nachher dann gleiten. Kommen wir ein bisschen näher, müsst euch die Schlagfläche so vorstellen wie den Fuss. Dahinten habt ihr die Fersen und da vorne ist dann die Zähne. So werden die Schläger auch im Englischen beschrieben, wenn es darum geht, wo man den Ball getroffen hat, ist es draussen am Zähne oder mehr bei den Fersen. Also nochmal, um erfolgreich aus dem Bunker rausspielen, bei den meisten Situationen muss die Fersen vorausgehen und bei gewissen Situationen muss dann die Zähne vorausgehen. Damit ihr erfolgreich rauskommt. Und bei gewissen Situationen muss dann die Zähne vorausgehen, damit ihr erfolgreich rauskommt. Jetzt, wo braucht es die Fersen? Die Fersen braucht ihr immer dann, wenn eine Chance besteht mit eurem Schlag, dass ihr durch den Sand gleiten könnt. Und beim Gleiten kommt ihr dementsprechend auch mehr Luft rüber auf den Ball. Das heißt, wenn ihr einen hohen Schlag braucht, um rauszukommen und dann auf der anderen Seite nicht zu weit ausrollt. Wie zum Beispiel dieser hier in der Fläche. Dann stelle ich mich gegenüber der Fahne so ein, dass ich den Ball viel weiter vorne spiele, damit sie zuerst mit der Fersen in den Sand kommen kann. Dann stelle ich den Ball unter dem Balkon durch. Dementsprechend dann die Geschwindigkeit vom Sand, den Druck am Ball weitergibt und den Schläger verursacht. Dementsprechend, weil genug Luft rum ist, das Ganze in die Höhe rüber geht. Und hoffentlich, wenn ihr das mit der richtigen Geschwindigkeit macht, dann noch die richtige Distanz des Fluges passiert. So, dass er euch nicht zu kurz oder zu weit ist. Was ihr gegenüber vorne sieht, dass er so aussieht. Ich schaue, dass ich den Ball relativ weit vorne habe. Und versuche jetzt bei diesem Bunkerschlag, dass die Fersen hier voraus geht. Tipptopp. Da ist so viel neben der Fahne zum Liegen gekommen. Wunderbar. Eine Situation, die wir hier im Abhang haben, wo ihr uns gerade so knapp reingerollt ist. Da machen wir genau das Gleiche. Da wollen wir auch mit der Fersen zuerst voraus gehen. Da ist ein bisschen zu kurz gegenüber der Fahne, liegt aber auf dem Grün. Wunderbar. Und die Situation, die man hier auf der Seite kommt, da ist genau das Gleiche. Da möchte ich auch mit der Fersen voraus gehen. Da habe ich den Ball weiter vorne, damit ich immer zuerst in den Sand rein kann mit der Fersen. Unter dem Ball unten durch. Perfekt. Der liegt auch wieder so viel neben der Fahne. Wenn wir ihn nehmen, der sich noch im Aufwärtshang befindet. Dann muss ich schauen, ob ich aufgrund der Bunkerkante hier noch durchschwingen kann. Wenn das hier nicht geht, weil ich hier rein komme. Dann würde ich dann die Zähne probieren zu brauchen. Und zwar, dass der Schläger zuerst auch wieder in den Sand rein kommt. Und aufgrund von dieser Sand-Explosion, die hier passiert, weil sich der Schläger eingraben tut. Der Druck nachher auf den Ball. Der Ball lässt ihn rausspringen. Dann kommt einiges Flächer raus. Aufgrund von dem, dass ein Flächer rauskommt, wird er mehr rausrollen. Also, auch hier wieder schauen. Wenn er rausspielt, vom Course-Management her. Dass euch der Ball nachher nicht hinten raus über das Grün rollt, weil er richtig Fähne spielt. Sondern er spielt vielleicht eher in eine Richtung rein. Das mache ich jetzt hier. Spielen eher in eine Richtung rein, wo es dann ein wenig mehr Grün hat, damit er auslaufen lassen kann. Das ist vielleicht nicht die richtige Situation, um einen Angriff zu starten. Sondern da ist eher ein defensives Golfspiel angesagt. Damit nachher nicht noch viel mehr Schläge dazukommen. Also, diesen spiele ich ein wenig weiter hinten. So ein wenig mehr gegen die Mitte. Noch nicht in der Mitte. Das Gewicht habe ich vorne. Und jetzt möchte ich eigentlich, dass der Zähne zuerst ins Sand rein kommt. Und das habe ich wunderbar gemacht. Ich hätte jetzt hier noch ein wenig fester können. Es ist noch zu wenig ausgerollt. Es ist gerade so knapp vor das Grün gekommen. Das heisst, wenn ich jetzt nicht wollte, dass dieser weitergeht, hätte ich das Ganze einfach fester umsetzen müssen. Die letzte Situation ist ein Spiegelei. Hier ist genau das Gleiche. Wenn ich mit den Fersen nachher kommen würde, komme ich zu wenig weit runter. Und darum ist es gerade praktisch. Wenn ich mit den Zähnen nachher komme, dann kann sich der Schläge richtig zum Ball runtergraben. Jetzt brauche ich einiges mehr Energie, damit er noch gleich weit fliegt. Hier ist die Mitte. Ich nehme den Ball leicht vor der Mitte. Ich habe das Gewicht nach vorne. Und jetzt möchte ich unbedingt, dass der Zähne sich zuerst eingrabt. Tipptopp. Der ist rausgekommen. Jetzt bin ich etwas zu aggressiv gewesen, etwas zu fest auf die Fahne. Es ist mir über das Grün gerollt und hinten runter. Jetzt muss ich von den Zähnen wieder draufchippen. Weil ich zu wenig in die richtige Spiele hatte, wo es mehr Grün zur Verfügung hatte. Noch einmal. Das muss auch alles richtig gut überlegt sein. Von der Strategie her. Woher, wie weit, wie stark. Üben diese verschiedenen Varianten. Sie gehen immer wieder etwas im Bunker rein und trainieren. Achtet darauf, dass ihr den richtigen Einsatz vom Schläger wählt aufgrund der Situation. Und das Nächste, was dann dort entstehen muss, ist mit dem Gefühl lernen zu arbeiten. Wie weit ist es mit dieser Geschwindigkeit? Wie weit bringe ich den Ball mit dieser Geschwindigkeit? So, dass ihr, wenn ihr spielen möchtet, viel mehr persönlichem Know-how zur Verfügung habt. Was ihr auf dem Golfplatz abrufen könnt. Dementsprechend ein besseres Course Management. Den Golfplatz könnt ihr besser spielen. Erfolgreicher von der Runde zurückkommen. Und regelmässiger auch ins Handicap spielen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Trainieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss miteinander.